Flori, was ist denn da? Stimmt, da ist ja eine Badewanne. Wollen wir die mal auspasten zum Modeln? Ja! Ja! Wollt ihr hier runter fahren? Ja! Gut, alle einsteigen. Laura zuerst. Ein Kupfer kommt nicht mehr rein. Wolli, ich hätt dich rein. Das ist ein Kupfer. So! Wolli, bist du bereit? Ja! Los geht! Los geht! Wolli! 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 Mal sehen! Ob ich und nein kommen! Oh-oh! Oh-oh! so ja dann kannst du das nicht abfedern dann kannst du das nicht abfedern wir fahren jetzt einfach mal